Guter Freund von dir, du hast ein Kinderhörspiel gemacht und irgendwann ist er zu dir gekommen und hat gesagt, lass uns doch mal was Asoziales machen. Und dann kam Kai Sommerfeld rein, ein Kumpel, der hat gesagt, was macht ihr denn da, mach doch mal was Asoziales, mach doch mal Ballermann. Ich war Rockmusiker, ich hab gesagt, auf gar keinen Fall, so was Asoziales mach ich nicht. Dann sagt er, ja weil du es nicht kannst. Dann sag ich, okay Kai, hol zwei Kiste Bier an der Aral, ich schreib dir ein Lied in der Zeit. So und der kam wieder und dann hatte ich den Song geschrieben, du benutzt kein Deodorant, das hab ich gleich am Geruch erkannt. So, das war ein Idiot, wollte den Scheißer nicht, hatte aber dann jeden Tag eine neue Idee. Dann kam, Saufen ist scheiße, wir machen es trotzdem, das kennt ihr auch alle. Dann mein kleines Pony, Hotte Hü und Hotte Hi, heute schon geritten. Dann piek piek piek, Finger in den Arsch und quiek, ganz großes Kino. Also alles poetische Texte. Ja, Kopfschütteln auf der einen Seite, Lachen auf der anderen, ist polarisiert.